Vielen Dank für die Einführung, es ist für uns eine Premiere, wir haben uns vor circa 60 Minuten zum ersten Mal gesehen, kennen uns virtuell schon sehr lange. Wie gesagt, Martin Fuchs gerade sehr gefragt, der Social Media Experte der Politik, ich arbeite neu als Redakteurin bei der Republik, setze mich immer mit dem Thema Social Media und Politik auch publizistisch auseinander und wir haben jetzt eben gerade zusammen am Buch Smartphone Demokratie, das bald im Handel ist, zusammengearbeitet und das ist jetzt genug Werbung, weil hier geht es jetzt auch um Werbung und zwar möchten wir, haben wir natürlich den provokanten Titel Big Data Kampagnen Bombe oder Mythos gewählt, wir werden jetzt aber im Folgenden nichts über psychometrische Modelle, die da in den Medien verhandelt worden sind, etwas sagen, wir werden nicht auf die sozialpsychologischen Modelle von Konsinski, die heute Morgen auch angesprochen worden sind, etwas sagen, sondern wir möchten zuerst mal zeigen, was sind diese Dark Ads, einige Beispiele haben wir heute Morgen schon gesehen von Markus Becketal, was sind diese Dark Ads, wie kommen die zustande, wie werden sie eingesetzt und warum ist das in dieser intransparenten Form ein Problem, in dieser unregulierten Form. Dann möchten wir noch, da wird Martin vor allem viel dazu sagen, wie können wir uns wehren, also was können wir eigentlich tun, sind wir dem jetzt ausgeliefert, diesen Facebook Dark Ads Wahlkampf, vor allem auch mit Blick auf die Zukunft und ganz zum Schluss auch die Frage, braucht es ein Anti-Dark Ads Gesetz, das wir auch ein bisschen den Traum stellen wollen, analog zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. So, jetzt, schnell Pause machen, hier die bekanntesten Beispiele, nein, bitte, das gibt's doch nicht, nee, nee, jetzt geht's wieder zurück, so, ist es jetzt, jetzt ist Pause, ich glaube's nicht, jetzt draufdrücken, jetzt ist doch Pause, nein, okay, ich mache etwas anderes, ich mache etwas anderes, ich mache etwas anderes. In der Schweiz läuft das alles anders. Genau, ich muss das irgendwie ändern. So, seht ihr das? Das seht ihr sehr klein, ha? Ach Mist, das habe ich echt jetzt nicht eingerechnet. Einmal nur auf das Pausezeichen drücken und danach nichts, wer ist es klauen. So, jetzt werden die wirklich alle sehkrank. Also, Pause. Okay, passiert nichts. Gut. Dieses Beispiel wurde, also das mit Hillary Clinton, das war eigentlich, wurde sehr in den Medien verhandelt, das war eigentlich so ein Teil der ganzen Demobilisierungsstrategie des Trump-Lagers und zwar ging es darum, Aussagen, die sie gemacht hat in den 90er Jahren gegenüber Afroamerikanern, wurden eigentlich aus dem Kontext gerissen, in ein Video verpackt und wurde dann gezielt an afroamerikanische User aus den umkämpften Gliedstaaten angezeigt. Das war eine Form von Werbeanzeigen, die gezeigt worden ist, eine andere war beispielsweise eine Aussage, die Michelle Obama gegen Hillary Clinton gemacht hat 2008, als Hillary Clinton gegen Barack Obama angetreten ist. Auch das eine diffamierende Aussage gegenüber Clinton, das war eben Teil der ganzen Demobilisierungsstrategie. Das Ziel war, dass diese Wähler nicht wählen gehen. Also nicht, dass sie Donald Trump wählen, sondern dass sie gar nicht wählen gehen. Jetzt könnte man meinen, dass Donald Trump im Amt mit diesen Werbekampagnen vielleicht aufhört, weil jetzt ist er ja im Amt. Man könnte auch denken, dass man das auch als Präsident nicht mehr tun darf, das stimmt so nicht. Wie man sieht, das ist eine Anzeige, die vor etwa einem Monat auf Twitter kursierte, nämlich hat hier Trump eine Werbekampagne schalten lassen, in der er sagt, dass er jetzt Teil einer Hetzjagd, einer Hexenjagd ist, quasi im Zusammenhang mit der ganzen Russland-Untersuchung. Also man sieht, Trump benutzt dieses Instrument weiterhin und hat auch kein Interesse daran, dies zu regulieren. So, jetzt schauen wir, was passiert. Ein Wahlkampf, über den überhaupt nicht gesprochen wurde oder viel zu wenig im deutschsprachigen Raum möchte ich hier ein bisschen ausführen. Das sind nämlich die englischen Wahlen gewesen. Und zwar haben die beiden Parteien, die Tories und Labour, insgesamt 3,2 Millionen Pounds in Facebook-Kampagnen investiert, innerhalb von circa fünf Wochen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Conservatives, die Tories haben 2 Millionen investiert und die Labour haben etwa 1,2 Millionen investiert. Und die Conservatives haben ganz klar die Person Jeremy Corbyn angegriffen darin, auch teilweise wirklich, das war hart an der Grenze zu Fake News. Also auch wiederum wie bei Hillary Clinton-Aussagen, die er gemacht hat in den 90er Jahren, dass man beispielsweise die Armee, die britische Armee abschaffen sollte und man hat ihm eine linksradikale Vergangenheit angelastet. Dasselbe hat dann aber auch die Labour-Partei, die beispielsweise im Wahlkampf 2015 überhaupt nicht auf Facebook gesetzt hat und die britischen Politologen würden sagen, das war damals ein großer Fehler, weil eben in Großbritannien diese Facebook-Kampagnen eine erhebliche Rolle spielen, weil es da keine politische Werbung im Fernsehen gibt beispielsweise. Und die Labour-Partei hat ganz stark auf die NHS, also auf das Gesundheitswesen thematisch Bezug genommen, in den jeweiligen Dark Ads gesagt, wenn ihr Tories wählt, dann werdet ihr quasi sehr betroffen sein vom Abbau des Gesundheitswesens. Man hat das auch gezielt an betroffene User, die besonders betroffen wären vom Abbau des Gesundheitswesens in dieser Form das ausgespielt und es hat sich auch gezeigt, Wahlkämpfer von Labour haben gesagt, dass sie auf der Straße gewesen sind, mit Leuten geredet haben, mit potenziellen Labour-Wählern ins Gespräch verwickelt haben und die haben dann auch gesagt, ah ja, diese Information habe ich dann auch auf Facebook gesehen. Also die Information ist angekommen. Und was ich vorher nicht gesagt habe, weil mich das so verwirrt hat mit diesen dynamischen Folgen, Dark Ads unterscheiden sich nicht groß von anderen Facebook-Postings. Man sieht ein Sponsored, wie ihr seht da ganz grau, man sieht einfach ein Sponsored angeschrieben, also es ist deklariert, es ist Werbung, nur dieses Posting wurde nie offiziell im Namen der Labour-Partei oder im Namen der Conservatives publiziert. Also wenn man auf diese Seite geht, findet man nichts dergleichen. Das heißt, es wurde gezielt an gewisse User ausgespielt, deswegen reden wir von Dark Ads. Jetzt geht es weiter, hoffentlich. Kommen wir auf Deutschland zu sprechen, und zwar auf dem Wahlkampf. Der wurde hier dieses Jahr im Netz auf Facebook schon relativ früh gestartet. Wie man sieht, das war ein Posting, das auch publik geworden ist von den Linken, die quasi gezielt diese Werbeanzeige an User ausgespielt haben, die sich für Interesse, man hat ja dann ein Interessensprofil auf Facebook, Umweltschutz ausgespielt haben und die Seite von Greenpeace geliked haben. Und in der Werbeanzeige geht es euch darum, wollt ihr wirklich schwarz-grün eine Koalition eingehen, seid ihr wahnsinnig, seid ihr Banane. Diese Facebook-Anzeige wurde dann auch publik, weil auch davon gab es dann auch einen Screenshot, ein User hat davon einen Screenshot gemacht und an die Medien geschickt. Ein weiteres Beispiel. Dieses Beispiel haben wir dank unserer Crowdsourcing-Aktion, zu dem Martin noch etwas sagen wird, die habe ich heute gefunden von einem User, der gesagt, ihm wurde eine Werbung von der FDP, Schleswig-Holstein, angezeigt. Man kann dann rechts oben anklicken, warum wird mir diese Werbeanzeige angezeigt, dann sieht man auch die Begründung. Du siehst diese Werbeanzeige da, da die FDP, Schleswig-Holstein, Personen erreichen möchte, die sich für Computersicherheit interessieren. Jetzt, wie weiß das Facebook? Facebook leitet das ab von den Gefällt-mir-Angaben. Das kann genau sein, das kann aber auch total ungenau sein. Das sind einfach, diese Daten werden verdichtet. Was ich auch interessant finde in diesem Zusammenhang, es gibt eigentlich sensible Daten, die eigentlich gar nicht so verarbeitet werden dürften, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, das steht auch im deutschen Datenschutzgesetz, oder auch die sexuelle Orientierung. Nur stellt sich Facebook hier auf den Standpunkt, das bedeutet ja nicht, wenn die Person diese Seite liked, dass sie dann homosexuell ist oder nicht. Und das ist eigentlich so die Grundabwehr von Facebook. Das bekannteste Beispiel, das in den Medien publik geworden ist, von Zeit Online, vom Autor Jonas Scheible. Diese Anzeige mit Horst Seehofer, der auf Russisch sagt, wir möchten keine Republik, in der die linken Kräfte und der Multikulturalismus das Sagen haben, wurde an User ausgespielt, die die Seite Russia Today Deutschland geliked haben und auch die Seite der CSU. Als die CSU damit konfrontiert worden ist, vom Autoren von Jonas Scheible, haben sie das sofort eingestellt und haben wirklich sich da nicht groß mehr dazu geäußert. Das kam eigentlich auch nur ans Tageslicht, weil auch das zwei Facebook-User dokumentiert haben durch einen Screenshot. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt, genau, frisch gepresst von heute, dasselbe von der CDU, auch da ein Facebook-Posting, das vielleicht ihr auch einmal antreffen wird in den nächsten Tagen. Auch hier sind Russlanddeutsche gezielt angesprochen oder Leute, die sich für die russische Kultur interessieren. So. Jetzt muss ich mal schauen, dass nichts kommt. Genau. Diese Beispiele, die ich jetzt gezeigt habe, basieren wirklich auf den Gefällt-mir-Angaben, also auf den Interessen-Angaben. Es gibt jetzt noch eine andere Form, wie man Facebook-Daten nutzen kann, indem man beispielsweise seine eigenen Daten, also Parteien können ihre eigenen Mitgliederlisten hinaufladen auf Facebook im Werbeanzeigen-Manager, diese verknüpfen mit den Facebook-Daten, die werden dann gehasht, das heißt, es wird ein Code dieser Datei zugewiesen, also dieser Datenzeile und dann hat man die sogenannten Custom Audiences. Und soweit ich weiß, ist das beispielsweise in Deutschland explizit nicht erlaubt, man darf diese personenbezogenen Daten, die beispielsweise, die jetzt eine Partei hat, dürfte sie nicht zwingend beim Werbeanzeigen-Manager hinaufladen und verknüpfen mit Facebook. Es gibt auch noch andere Formen von Custom Audiences. Man kann einen Facebook-Tracking-Tag auf der Webseite einbauen, dann jedes Mal, wenn ein User, ein Facebook-User auf der Webseite der Partei surft, wieder zurückgeht, seht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit die Werbung dieser Partei. Dasselbe gilt auch für die Smartphone-App. Und ich habe das Ganze mal durchgespielt, das ist wirklich sehr beeindruckend. Es sind eigentlich, es gibt wirklich einen Abgleich, einen Match von den E-Mail-Adressen, also wenn ich diese Datei hinauflade, gibt es einen Match mit den User-IDs und dann hat man diese Private Custom Audience. Also alle, ihr, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mit Online-Marketing zu tun habt, aber wenn ihr das mal durchspielt, das ist wirklich sehr beeindruckend. In Deutschland nicht erlaubt, in der Schweiz scheinbar schon, weil, ich habe hier nämlich eine Anzeige entdeckt, in der das nämlich explizit ausgewiesen wurde. Wir haben eine Abstimmung im September, geht es um die Altersvorsorge 2020, ein großes Reformpaket. Beide Lager rüsten jetzt auf, haben begonnen, auf Facebook Werbung zu schalten, eine Kampagne zu fahren. Und man sieht, die Begründung steht dann jeweils, du siehst diese Werbeanzeige, weil dich die Altersvorsorge zur gewünschten Zielgruppe hinzugefügt hat, sie konnten dich mit dieser Werbeanzeige erreichen, da du in deren Kundenliste enthalten bist oder du deine Kontaktdaten auf- oder außerhalb von Facebook zur Verfügung gestellt hast. Ich bin da jetzt gerade in Abklärung mit dem eidgenössischen Datenschützer, ob das wirklich in dem Sinne legitim ist. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Gut, kommen wir zur normativen Debatte. Jetzt habe ich ein paar mir Beispiele gezeigt, die wir gefunden haben. Warum ist es uns beiden gerade so wichtig, dass darüber diskutiert wird? Das Hauptproblem ist, die Medien und die Forschung und die Zivilgesellschaft können diese personalisierten Werbeanzeigen nicht nachvollziehen. Sie haben keinen Zugang zu diesen Werbeanzeigen, im Gegensatz zu einem Printplakat, zu einem Inserat. Es handelt sich hier um Werbeanzeigen, die in Echtzeit angepasst werden können. Sie sind digital, sie sind flüchtig. Man hat keinen Zugang zu diesen Werbezonen. Und wenn ich jetzt nochmal das Beispiel England in Erinnerung rufe, wo massiv eigentlich der Hauptteil des Budgets in Facebook-Werbeanzeigen investiert worden ist, ist das wirklich einigermaßen, also ist das wirklich sehr brisant und sehr schwierig für die Medien, dies aufzuarbeiten und nachzuvollziehen. Die Beispiele, die wir gezeigt haben, kamen einerseits wegen aufmerksamen Usern, die wirklich einen Screenshot angefertigt haben und das den Medien geschickt haben ans Tageslicht. Oder dank der Kooperation zwischen BuzzFeed und der zivilgesellschaftlichen Organisation Who Targets Me, die ein Add-on zur Verfügung stellen, wo man das hinunterladen kann als User und man lässt sich in dem Sinne tracken, sodass die Organisation und die Medien wissen, was die einzelnen Parteien genau für Werbeanzeigen diesen Usern ausspielen. Das heißt, wenn man keinen Zugang hat zu diesen Werbeanzeigen, dann kann man natürlich auch die Argumente, kann man natürlich auch die Argumente da nicht einordnen. Also alles, die Behauptungen, die da gemacht werden, kann man nicht einordnen, kann man nicht überprüfen. Man kann da auch ohne weiteres Fake News streuen, es können da Behauptungen über Angela Merkel gestreut werden, ohne dass das die Medien erfahren, ohne dass sie es selber erfährt. Wenn politische Gegner diffamiert werden, haben sie keine Möglichkeit, sich zu wehren. Und was mich eben irritiert ist, dass diese Debatte, Micro-Targeting und Fake News, separat geführt wird, weil eigentlich geht es ja bei Fake News um den Inhalt und bei der Micro-Targeting-Debatte geht es eigentlich um den Kanal. Also im Grunde genommen muss das eigentlich zusammengeführt werden. Und dann noch ein letzter Punkt, oder vorletzter Punkt, wenn natürlich jeder was anderes sieht, haben wir längerfristig alle andere Informationen, wir haben alle andere Botschaften, der politische Diskurs, der stirbt irgendwann mal aus, weil wir so keine öffentliche, digitale Sphäre mehr haben und mit Micro-Targeting wird auch ganz klar eine gewisse Filterblasentendenz noch mehr verstärkt in Zukunft. Und nicht zuletzt werden natürlich mit dieser Form von Werbekampagnen, werden auch individuelle Wahlversprechen produziert, hier leider ein Fehler gerade, werden individuelle Wahlversprechen produziert, das heißt, je mehr das auf die einzelne Lebenswelt zugeschnitten ist, desto schwieriger, weil eine Demokratie lebt natürlich von Bündelung von Interessen, also Parteien machen Angebote für Gruppen, nicht für die Einzelpersonen und es geht natürlich darum, dass wir auch einen Interessensausgleich finden können, aber es wird natürlich immer schwieriger, wenn wir uns alle in anderen digitalen Realitäten bewegen. Und jetzt noch der allerletzte Grund, warum wir hier so Dampf machen und warum wir denken, dass es wirklich, wirklich jetzt an der Zeit ist, dass etwas passieren muss bezüglich Regulierung oder bezüglich Transparenz, ist nämlich, diese Meldung ist auch meiner Meinung nach total untergegangen, Facebook hat Politikwissenschaftlern eine klare Absage erteilt vor zwei Monaten, das Oxford Internet Institute wollte, hat angeklopft, beim Forschungsinstitut von Facebook hat gesagt, hey, dieser Wahlkampf im Netz, das war eine regelrechte Kriegszone, beim britischen Wahlkampf, bitte, bitte, gebt uns diese Daten heraus, dokumentiert das in einer Weise, damit wir eigentlich vergleichen können, was jetzt die Leute überhaupt alles gesichtet haben und was nicht. Und Facebook hat da in einer Reuters-Meldung Stellung genommen, dieser Rob Sherman hat gesagt, nö, machen wir nicht, weil das ist, wir brechen hier Geschäftsgeheimnis, das sind Werbekunden, Politiker sind auch Werbekunden, da wird das Geschäftsgeheimnis brechen und wir machen für die Politik keine Ausnahme. Und warum es nach dieser Meldung keinen Aufschrei gegeben hat, das wundert mich, weil das zeigt, dass Facebook null Bereitschaft zeigt, hier etwas zu ändern und wie wir bei der Fake-News-Debatte gesehen haben, wenn Politiker und die Medien genügend Druck aufbauen, dann lässt sich durchaus, kommt auch hier Bewegung ins Spiel und jetzt übernimmt Martin. Vielen Dank, super, Adrienne. Und das Schöne ist, das war wirklich nur unsere Ansage, dass wir ein paar Klatscher bekommen, ich habe sie wirklich zum allerersten Mal kennengelernt heute und das Schöne ist, ich dachte ja, Schweizer reden extrem langsamer, sie hat wirklich auch schnell geredet, weil die Zeit ist schon ganz gut vorangeschritten und das ist auch mein Problem, weil 18.11. muss ich in der U-Bahn sitzen, weil ich nach Hamburg muss meine Tochter übernehmen, aber das nur an dieser Stelle. Das ist der kürzeste Auftritt, den ich hier auf einer Bühne hatte und nach den ganzen darken und dunklen Sachen, die Adrienne gerade gezeigt hat, möchte ich jetzt mal zeigen, was wir als Gesellschaft vielleicht tun können. Einige Sachen hat Adrienne ja schon angesprochen und was mir vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, ich glaube selber persönlich nicht, dass es jetzt im aktuellen Wahlkampf schon ein Riesenproblem ist, Darkest. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Demokratie in Gefahr haben, weil das ist ja immer das, was Medien relativ schnell daraus machen aus solchen Geschichten. Wow, Demokratie ist in Gefahr. Aber wir haben trotzdem ein Problem und das hat Adrienne schon gut gesagt, wir wissen halt nicht, was passiert. Wir kennen die Effekte nicht, wir können jetzt nur mutmaßen, wir können irgendwelche Thesen aufstellen, Hypothesen aufstellen, können sie aber nicht verifizieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden, dass wir aktiv werden. Und das war so ein bisschen der Impetus von vor drei Monaten ungefähr. Ich glaube, Adrienne hat mich über Direktnachricht bei Twitter angeschrieben und gesagt, hier, Martin, Dark Ads, Riesenaufschrei mit dem Artikel im Magazin, aber irgendwie ist doch nie was passiert in Deutschland oder macht da jemand was zu? Und da habe ich gesagt, nö, macht keiner was dazu. Ich habe auch 18 Stunden Tage, mache auch nichts dazu. Los, komm, lass uns was zu machen. Und deshalb haben wir diesen Hashtag erfunden in fünf Minuten Politik-Ads, ohne jetzt zu wissen, was daraus wird und haben Leute aufgefordert, über Crowdsourcing doch uns ihre Anzeigen zu schicken oder diese zu veröffentlichen bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer, wo sie quasi Werbeanzeigen angezeigt bekommen, damit wir da mal so eine Datenmengen bekommen. Und zwar natürlich auch relativ schnell bewusst, dass das eigentlich automatisiert werden muss. Dazu komme ich gleich noch. Aber das war so der erste Impetus. Und dann hat es mich sehr gefreut, dass zwei Wochen später dann auch die Algorithmen Watch dann auch so etwas Ähnliches gestartet hat, indem sie nicht versucht hat, Google etwas transparenter zu machen. Und ihr werdet das wissen, der eine oder andere von euch wird das Plugin vielleicht auch runtergeladen haben. Das ist die rechte Folie, die ihr da seht, wo man mal schauen wollte, wie personalisiert eigentlich Google auch uns Sachen anzeigt und wir da auch vielleicht in Anführungsstrichen manipuliert werden. Der Ansatz also sehr ähnlich, auch mal das öffentlich zu machen, das transparent zu machen, was halt nur der individuelle Nutzer auch sieht an der Stelle. Deshalb fand ich das großartig, dass Algorithmen Watch, das mit den Landesmedienanstalten gemeinsam gestartet hat. Erste Ergebnisse sind auch schon publiziert an der Stelle. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie automatisieren, wir müssen das größer machen und sind an BuzzFeed herangetreten und haben gesagt, hier, wollt ihr nicht was machen, ihr wollt vorweg von den Katzenvideos. Ihr wollt hin, ein seriöses Politikjournal werden. Wir haben hier was für euch. Und dann hat Daniel Trepper gesagt, super Idee und hat Who Targets Me ins Boot geholt aus UK, die da schon Erfahrung hatten. Und jetzt gibt es seit ungefähr zwei Wochen ein wunderbares Add-on, was jeder von euch runterladen kann. Was genau das tut, was Adrian schon kurz beschrieben hat, nämlich ihr müsst gar nichts tun. Das schaut sich dann nur automatisiert an, quasi welche Anzeigen euch in eurer Timeline quasi über den Weg laufen und sammelt diese Anzeigen und wir werden das dann gemeinsam auswerten und mal schauen, was da überhaupt die Parteien so alles getan haben. Tut nicht weh, frisst keinen großen Speicherplatz, könnte runterladen, keine Virus drauf, dient der Wissenschaft, dient der Transparenz an der Stelle. Genau, das ist jetzt quasi der erste Versuch, das man automatisiert, Daten zu erheben. Und dann kann natürlich jeder selber, der interessiert ist daran und der gerne wissen möchte, warum mir bestimmte Anzeigen angezeigt werden, auch diese Sensibilisierung ist ja bei vielen noch gar nicht da. Die wissen ja gar nicht, warum zeigt mir jetzt Martin Schulz, wie toll doch sein Wahlprogramm ist oder warum zeigt mir die CSU an, dass ich was, kyrillische Buchstaben, man kann sich diese Interessen, die Adrian gerade schon gesagt hat, auch mal anzeigen lassen bei Facebook. Da gibt es die wunderbare Seite oder unter Writer bei Einstellung, warum mir Anzeigen eigentlich gezeigt werden. Das ist so eine Interessenübersicht, was ihr links seht. Das ist mal meine Interessenübersicht, ihr seht das, Instagram, Change.org, die Jusos, keine Ahnung, warum das so ist, aber neben den Likes, die ich vielleicht mal vergeben habe, wird natürlich auch mein Verhalten getrackt, das heißt, wenn ich auf Seiten mal rumsurfe auf Facebook, auch das geht dann mit in die Interessen rein, zum Beispiel. Und das ist schon mal ganz interessant, weil man kann die da auch wieder löschen. Also ich hatte da ganz skurrile Sachen auch mal drin, Tango zum Beispiel oder Interesse. Das habe ich dann mal alles rausgelöscht. Und das Zweite ist, dass wir in diesen Einstellungen auch schauen können, das ist gerade so ein Projekt, dass man auch bestimmte Werbethemen ausblenden kann. Also das ist gerade so eine Testphase von Facebook, die jetzt gerade läuft, dass man Alkohol und Parenting bei mir jedenfalls ausschalten kann. Das heißt, bestimmte ganze Themengebiete gar nicht für mich beworben werden können. Auch da kann sich quasi jeder schützen, wenn er keine Lust hat vor politischen vielleicht Botschaften, dass er auch da gerne das ausschalten kann und da ein wenig ein wenig Macht immerhin an dieser Stelle zurückholen kann von Facebook an der Stelle. Und dann ist das natürlich ein Spielchen, was ich jeden Tag mache, weil mich das auch wirklich interessiert, dass wenn man in der Timeline unterwegs ist, kann man natürlich auf die Anzeigen, wie Adrienne das gerade schon beschrieben hat, auch draufklicken, kann dann oben rechts, gibt es so einen Reiter, kann sich anzeigen lassen, warum diese Anzeige mir jetzt in diesem Beispiel angezeigt wurde und kann dann auch das natürlich melden. Kann das sogar auf Facebook sagen, ich möchte nie wieder was von der SPÖ angezeigt kriegen. Ich wundere mich auch, warum die SPÖ mir Anzeigen anzeigt. Ich darf in Österreich gar nicht wählen, also da sieht man auch so ein bisschen die Schwächen des Targeting, was natürlich sehr gut ist und wo Facebook glaube ich auch viel schon Vorreiterrolle hat und viele Erfahrungen gesammelt hat. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch, dass vielleicht der ein oder andere Zieldefinition, die man da angegeben hat, gar nicht so richtig zielgenau ist an der Stelle zum Beispiel auch. Ja und dann für die Diskussion, die ihr hoffentlich gleich noch vielleicht führen werdet, ist natürlich die große Frage, die ich von Journalisten jeden Tag jetzt gestellt werde. Herr Fuchs, wir brauchen doch irgend so ein Fake News oder zum einen Fake News Gesetz ist das auch, aber auch ein Dark Ass Gesetz, oder? Wir müssen was gegen tun. Die Aktion, die sie hier machen, ist alles schön und gut, aber eigentlich brauchen wir doch irgendwas, wo was reguliert wird. Und dann lache ich immer kurz in mich hinein und dann werde ich mein Lachen ein bisschen größer und dann versuche ich zu erklären, warum das vielleicht nicht die gute Idee ist. Jedenfalls aus meiner Sicht. Wir können ja gerne darüber diskutieren, weil es natürlich nicht national funktioniert. Das haben wir heute bestimmt auch schon öfter gehört. Das muss ja global geregelt werden. Und zum Zweiten habe ich auch fast den Eindruck, dass natürlich Parteien und öffentliche Institutionen, Regierungen gar kein Interesse daran haben an so einem Gesetz vielleicht, weil sie, wie beschrieben, das natürlich auch sehr, sehr gerne nutzen wollen, solche Möglichkeiten. Und deshalb bin ich auch als jemand, der natürlich Online-Werbung auch gestaltet, auch gar nicht dafür unbedingt, dass das schlecht sein muss, was da passiert, weil es natürlich auch sehr, sehr positive Effekte haben kann, Dark Ads auszuspielen. Ein Beispiel ist die Linke in Sachsen, was ich immer sehr gerne mache. Die hat zum Beispiel erkannt, dass es eine Schnittmenge der Wählerschaft zwischen AfD und Linke gibt. Also, wenn die AfD wieder irgendwelche komischen Nachrichten verbreitet in Sachsen, nimmt sie ein paar Euro in die Hand und spielt dann genau den Faktencheck quasi in der Zielgruppe der 16.000 AfD-Fans in Sachsen aus. Also sie durchbricht ganz aktiv dann auch die Filterblase der AfD-Menschen und zeigt ihnen quasi eine Gegenmeinung an und versucht, so wieder politischen Diskurs herzustellen. Ich finde, das ist eine charmante Idee, machen wenige Parteien leider bisher, aber die Idee finde ich ganz gut. Natürlich fände ich es noch besser, wenn auch die Linke das transparenter machen würde und der Effekt, was man denken könnte, wäre, dass die ganzen AfDler jetzt auf die Linke einhören und sagen, geht weg mit euren linken Scheiß hier in meiner Timeline. Das passiert aber nicht, sondern es passiert, dass 200 bis 300 Fans jedes Mal zur Linken wechseln auch und der Linke-Fans werden. Und zum Zweiten, dass sogar so tolle Kommentare kommen, vielen Dank, Linkspartei, ihr habt mir die Augen geöffnet. Also auch so etwas, das klingt jetzt vielleicht sehr euphorisch an der Stelle, passiert aber. Aber deshalb würde ich mir wünschen, dass Parteien das wesentlich noch mehr einsetzen, wieder bestimmte Zielgruppen, die sich vielleicht verabschiedet haben aus dem politischen Diskurs oder vielleicht abgerutscht sind in bestimmte Extreme, dann wieder reinholt in einen demokratischen Diskurs. Also da hat es auch durchaus positive Aspekte, so etwas, wie das ja immer bei Technologie hat, es ist ja nicht immer alles nur böse und schlecht. Deshalb, ich bin gegen ein Dark-Eats-Gesetz an der Stelle, aber das ist auch nicht der Web-Pude, letzter Kern. Wir brauchen erstmal Erkenntnisse darüber, wie wirken die Dinger, was machen die Dinger eigentlich mit uns, welchen Einfluss haben sie vielleicht auf Wahlentscheidungen auch, wenn das rausfindbar ist. Und wir brauchen Transparenz und Sensibilisierung. Wir müssen mehr darüber reden, dass auch der normale Nutzer nicht die Leute, die hier Nerds sind, wie ihr alle, die hier schön zu dieser Konferenz gekommen seid, sondern auch draußen alle Facebook-Nutzer, alle 32 Millionen wissen, wie Facebook-Werbung funktioniert und warum sie vielleicht Zielgruppe von Dark-Eats geworden sind und wie sie sich dagegen vielleicht aktivieren können. Vielen Dank an dieser Stelle. Bist du schon? Ja. Was für ein Power-Talk. Während du nach vorne läufst und dein Mikro abschneidst, kannst du vielleicht noch ganz kurz die Frage beantworten, ob man auch euer Plugin installieren soll, wenn man einen Adblocker benutzt. Das wird schwierig, glaube ich, so wie die ersten Tests gezeigt haben. Ihr könnt es versuchen. Okay, komm gut nach Hause und vielen Dank, dass ihr beide da wart und vielen den spannenden Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank.